Die heftigen Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khaled al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großtag von al-Assad´s Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vazquez, Warpeak auf dem Weg, das lassen wir uns nicht entgehen. Los geht´s! Warum werde ich auch nicht immer beschossen? Ich verstehe! Ich brauche den Raketenwerfer und schalte diese Helikopter aus. Raketenwerfer, 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 Raketenwerfer. Schafft keinen! Macht die noch weg, ich habe keine Rakutenwerfer, Mann. Okay. Das wird sich geil. Oh, scheiße. Da ist noch einer. Ah. So, bleib doch mal stehen, Mann. Ich habe keinen Bock, ihn zu dir herzurellen. Oh, oh. Okay, weiter geht's. So, aufpassen, hier. Weil... Wir müssen hier aufpassen, da oben kommen sie. Weiter. Ich muss nur aufpassen, weil die schmeißen... Äh, 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 äh. Macker. Wir sind ja nicht auf den Keks hier, Mann. Ja, leck mich doch die mit diesem verschissenen Granaten, Mann. Ist doch wirklich wahr, hier. Weg ist er. Da oben ist er. Auf weg. Okay, weil hochgegangen ist, kann ich nochmal hochgehen. Ich komme auch rüber. Wow. Ah, hier seid ihr. Was geht, es kommt her. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Ja, ich seh die, ich seh die, Alter. Weiter, weiter, weiter. Oh, wir haben wieder Leute. Mann am Boden. Egal, der zieht mich. Ja, leck mich, ich wollte gerade nach oben. Mann, obwohl ich war. Aufpassen, Leute. Okay, das war ich. Okay. Okay. Hier ist da noch einer, oder? okay der ist auch weg okay alle tot glaube ich ich gucke nochmal auch wenn ich schon alle weg zu sein ich komme darunter scheiße es gibt ja warte ich komme mal gucken vorsichtig ich sehe niemanden da sind sie korrekt aufweg aber ich stehe nicht gut hier weil ich schieße einfach drauf los muss die alle weg machen hier das bringt dann alles nix ja ich sehe da oben ein ok der ist weg okay da kommt noch mehr ja ok sie sind weg ok ok noch weg wo kommen die denn alle her man ok scheiße drauf da ist weg ok wir gucken mal scheint sauber zu sein hier rein in den bus rein in den bus langsam 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 rosa da sind die jungen weg von dem auto weg von dem auto ok locker bleiben Vorsichtig, du schießt mich einfach so um, Sackgesicht. Okay, das scheint weg zu sein. Ja, ich sehe den. Langsam, langsam, langsam. Hier ist alles sauber. Ja, da gehe ich mal schwer von aus. Vorsichtig, vorsichtig, Leute. Ja, Schwein gehabt. Penner! Dann gehe ich noch mal nach oben und kümmere mich noch mal um den Kameraden hier. Wo siehst du? Ah! Hast dich selber hingerechnet mit den scheiß Granaten, du Penner. Okay, weiter geht's. Was machst du da? Langsam vorwärts, Leute. Langsam vorwärts. Danke. Hauptsache, ich laufen alle dann vorbei. Ja, bravo. Okay, komm. Schau mal nach Hilfe. Geh rein, geh rein! Vorsichtig. Wir werden hier garantiert nicht alleine sein. Stopp! Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf. Vorweg. Bravo 6. T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen. Aura! Verstanden, Bravo 6. Ich hab ihn auf dem Verbot. Wechsel auf Manuel. Oh, scheiße! Feuere! Der ist weg. Ja! 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 Nee, du hast es gesehen! Das hab ich gemacht! Gut geschossen, Herr Fick. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. Komme durch! Wo kommt denn die Granate her? Bravo 6, also... Sind wir jetzt da? 6 das zweite platon ist unterwegs zum treffen an ihrer position wie ist ihr status aber die wertvolle ladung ist heil und unterwegs wir sind fast bei schnell schlaße 4 und sollten bald sichtkontakt zum zweiten platon haben da gehen wir haben nichts von rennen gesagt langsam langsam verstanden wir haben soeben als aufenthaltsort herausgefunden